Muss ich eigentlich immer auf diese Map kommen heute? Sag mir doch, dass es losgeht! Oh, was denn sonst? Ruin! Killer! Och Doktor, nein! Doktor! Doktor! Ja, Mann, spring bloß nicht da durch, ey! Was macht die blöde Kuh hier? Steht da dumm rum! Das ist seine Fähigkeit! Ja, geil! Was machst du denn, Leute? Ich bin im Arsch! Er hat, äh, Dings der Evia-Van hier, dieses Totem, und der hat Ruheben! Liegenlied! Ja, Liegenlied! Und... Liegenlied... Liegenlied ja... Also müssen beide wechseln, das haben wir ein Problem angewandt, sonst am Ende! Ja, ich weiß nicht, ich hab diesmal keins bis jetzt... Ne, 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 Doktor! Was ist das Scheiß-Weißen-Dinger? Boah, ich hasse diese Scheiß-Weißen-Dinger! Weißen-Dinger? Ja, äh, ja, Scheiß-Weißen-Dinger! Also hier den, äh, den Fähigkeits-Check, wenn er so rumspringt, das meine ich! Ach-so. Auch so... Deswegen weißen-Dinger... Mit Ruiden! Ja, das ist ja schon schlimm genug, aber dann, was du... Dann hopst du das überall, und dann ist es so hell... da kommt es schon wieder irgendwo beim doktor bin ich schon mal also ein totem ist im haus oben aber es ist kein leugnis ich ich meine das bei dem bei dem roten danke das macht mir hier ständig die sinken die die dinger kaputt ok jetzt könnte ich verstehen dass du gehst also ich vermute es ist auf dem feld irgendwo soll ich den holen oder holt ihr den ja ich bin jetzt auf dem weg den holt ja keiner geholt ist ich kann er holen ich kann auch ich muss doch holen eigentlich ich kann nicht holen ich bin im chase ich hole ne ich muss eine sichere rettung machen ich hole schon na na sie wollte ich na du musst jenny's machen nein das ist sie hey bleib stehen ich wollte dich heilen boah junge das bleibt doch stehen scheiße ich hab ruinen hinter dem haus ist so ein hügel wo auch das ausgangstor ist sollte ich es nicht schaffen da ist ruinen zwischen zwei fässern scheiße aber ich glaube ich schaff es noch du liegst gerade ja es ist weg ne das war ja ganz da hinten im flüscher und das ist im asch der welt ach da bist du ne es war kein ruin ne es war han das ist wegen leech das habe ich aber noch drin stehen ich kann ihn nicht holen das wiegenlied steht noch drin bei mir habt ihr gehört ich kann ihn nicht holen ja ich versuche gerade einen größeren bogen zu laufen bis auf dem feld ne man sieht nur dass ein totemacht drin ist ja wiegenlied das also ach ne das ist ruin das rede ich nicht also dieses dreieck da das heißt dass irgendein totemacht da ist nicht schlecht äh ich meine das wäre ruin ne bei jedem totem fließt ne bei jedem totem fließt auch wenn man neue tatscht oh jetzt häng ich hier mhm hä wieso ist hier oben einer komm das schaffe ich noch vorher das schaffe ich noch vorher hier unten im keller hast du sonst noch irgendwelche wünsche ja der ist da hinten bei dem beschäftigen gleich nicht mehr ja aber wir sind oben ich bin extra hier hoch gegangen damit es schön lange weg ist ach ja genau lass mich mal schön hier hängen ach du hängst da ich habe die erfahrung gemacht dass du da nicht so laut bist ach ja genau lass mich mal schön hier hängen und geht in die schränke ach du hängst da auch gehst du jetzt ich häng da immer noch ja und ist keiner da der eine macht ein jen da unten irgendwo hä ach du bist da oben auf dem das ist ja gerade auch so ob du zwischen den zwei bäumen hängst na jetzt könnte man mich gleich auch hängen lassen soll ich wieder zurück laufen ja ok wo kann ich denn der jetzt rein da wo ist denn der ist es bei euch noch ne scheiße hab ihn soll ich dich halten nein ich muss dich erstmal beruhigen ja genau das funktioniert echt super mit dem beruhigen ja ey weißt du was hier ist ein gelbes weg zur kofferchen hier oben ja das ist schön da ist ja noch ruinen dran ja scheiße was waren das dann was da gedingst wurde ah vegan lead immer noch ok also hier oben ist alles geblockt da kannst du nicht runter springen ihr müsst den holen irgendwie wo ist äh da oah lauuuuff oh fuck das war krass boah wir haben noch keine jen das ist echt abnormal ja der eine war fast durch ja die alle sind fast durch der hinten war richtig weit der hier wo ich grad liege ist richtig weit ach ey ich spielst du nicht mehr immer wenn du mal einen holen willst wird der wieder von irgendjemand anderem links hier links hier bin ich und direkt vor mir ne äh rechts von mir da ist ein jen herson ja ja wolltest du ihn oder NAN ja aber es ist keine sichere rettung wieder gewesen weil er kommt was heißt gewesen doch das kommt immer oh ich kann den nicht machen sag ihm wenn du terroradisch hast ich höre den immer ich höre den auch einmal jetzt besön besön höre ich jetzt kommt er jetzt kommt er oder ja 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 ich komm nicht rüber weil ich komm hier nirgends und rüber ja hast du mir gedacht ne fick dich blöder scheißdoktor ey das ist so ne kacke ey Junge da liegt noch ne gelbe neue Werkzeugkiste ruhig ah fuck ey oh oh und jetzt sowieso tot ja ja wieso soll Nils tot sein ich bin tot wie kommst du jetzt du hast gerade gesagt Nils tot ich hab gesagt ich bin jetzt sowieso tot ja geil Funktioniert nicht. Ich hab jetzt fünfmal auf harten Nehmen gerückt. Und ich war weit genug weg. Irgendeiner ist hier in der Nähe? Ey, der wackelt hier überall mit mir rum. Denkst du, ich hab in der Zeit mal Zeit, da runter zu kommen? Zu sehr im Campen oder was? Oben war das früher nicht, oder? Ne, oben war ein alt normales. Das hab ich weggemacht. Aber ich hab auch sonst kein anderes Totlem gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr welche weggemacht habt. Also, ja, eins wie gesagt. Ja, dieses Leuchten kann sogar, ne, zwei hab ich sogar weggemacht. Normales und Leuchtenes. Da müssen noch zwei da sein. Kannst du mich halten? Kannst du mich halten? Was? Hast du das gar gesehen, Papa? Äh, nee. Was denn? Ach, der ist da oben. Achso. Einfach mal die Tür. Wie ist er tot? Ja. Ey, ich hab keine Worte. Ich krieg diese Scheiße nie fertig. Ja, das, ich sag da, das ist der beschissenste Ding überhaupt. Und ich, wie willst du vor allem, das kannst du zum Beispiel überhaupt nicht mit random, mit random, wie willst du das machen? Die machen ja immer Gents. Naja, also da ist es vielleicht sogar einfacher, weil... Ich hab aber keinen Gen gemacht. Ich habe keinen Gen gemacht. Ey, wir haben keine hingekriegt. Durch Ruinen kommt man manchmal dazu, in der Zeit, in der wir Gents gemacht haben, hätten wir schon alle von Ruinen können. Aber Ruinen war so ätzend in der Runde, also... Ja, ich hab Ruinen gesucht, aber ich hab's nicht gefunden. Ich hab's, äh... Dann hab ich's nicht gekriegt. Nee, er hat ich nicht. Ich hab's nicht gekriegt. Ich hab eine, eine beschissene Hakenrettung, meinst. Nein, Mann, dann zeigt mir doch einfach, mal was. Ich geh hier schon hoch und runter. Wieso explodiert dieses Scheißding, ohne dass da... Ja, aber du machst es so lange. Du darfst nicht so lange halten, wenn du das so machst. Der denkt sich auch, die ist eh noch mit Ruinen beschäftigt. Was machst du denn da überhaupt? So, der beschäftigt den hier gerade gut. Ach, du, bis am hohen runtergehen. Ja, was soll ich sonst mal? Ich hab den jetzt schon zweimal verkackt, weil ich mich eigentlich beruhigen sollte. Der hält jetzt ziemlich oft Trapp, ne? Das ist nicht für ihn, das ist nicht für ihn. Nee. Aber das ist ein Totem. Ich hab mich doch auch noch gut gesehen. Wie ist das? Boah, da war das knapp. Ey, Hank, jetzt. Und er ist auch dead. Such die Klappe. Oh, fuck. Nee, die Klappe. Ja, klar, dass er dann direkt auch hier kommt. Aber blockiert der auch hart im Leben? Habe ich nicht hart im Leben? Ja, das ist Mathe. Aber, ähm, die Klappe will ich nicht im... Ich kann eben überlegen, ob er die auch blockieren kann. Wie ist denn der Killer? Ja, ich höre auch nichts. Ich höre die ganze Zeit diese... Äh, 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 äh. Komm, wiggeln bringt sowieso nix. Hier wäre Stratos fällt drauf. Oh, Mann, das stimmt. Ja, ich würde aber auch sowieso nur noch mal eine Runde spielen. Sollen wir noch eine spielen, oder hast du keine Lust mehr? Silke? Achso, ich dachte, du meinst nie jetzt. Nee, dich meine ich. Was hat der gesagt, also jetzt, äh. Was hat denn der denn? Was ist das für ein Teil, dieses... Schillernder König? Ach, scheiße. Ja, das stimmt. Ja, ja, das hatte der. Das weißt du deswegen, wenn du denn diesen Punkt in der dir hast. Und die ganze Zeit nur noch hier diesen Terroradius hörst. Aber wieso schreibt er? Carried by Ruin. Das Ruin... Ja, weil wir nichts machen konnten deswegen. Wir konnten nix machen. Ja, aber wir haben drei Gens gemacht. Ich meine, so schlecht war's jetzt unten. Wären schon lang fertig gewesen. Aber wir wären fertig gewesen. Wir hätten das fertig gemacht. Wir haben so oft 99 Gens gehabt, die wir nicht fertig machen konnten. Ich war an zwei Dingern, als ich vorbeigerand. Mich hat er oben weggezerrt mit dem 99er.